Servus und herzlich willkommen. Heute schnacken wir über den Ecovacs GOAT G1 800 Mähroboter. Ich habe mir das Teil genauer angeschaut und glaub mir, da gibt es einiges zu erzählen. Unten in der Beschreibung findest du alles Wichtige zum Nachlesen und Links, wo du die Preise checken und Bewertung von anderen Nutzern lesen kannst. Na dann, schauen wir mal, was dieser Mähroboter so drauf hat. So, jetzt reden wir mal über die ganzen feinen Features, die der Ecovacs GOAT G1 800 mit sich bringt. Fangen wir an mit der In-App-Einstellung der Mähgrenzen. Stell dir vor, du kannst ganz bequem vom Sofa aus die Mähgrenzen deines Rasenroboters einstellen. Keine Kabel mehr im Garten verlegen, alles läuft über Backensignale. Ein Klick in der App und fertig. Das ist nicht nur smart, sondern auch mega praktisch. Dann haben wir da das True Mapping Multifusion Lokalisierungssystem. Dieses Teil sorgt dafür, dass der Mähre weiß, wo er sich befindet und wo er hin muss. Die Navigation ist so präzise, dass jeder Grashalm gleichmäßig geschnitten wird. Echt beeindruckend. Das logische Schnittsystem ist auch der Hammer. Es sorgt dafür, dass die Mähbahnen perfekt definiert sind und ein Rasen ausschaut wie von Profis gemacht. Und falls der Akku mal zur Neige geht? Kein Problem. Der G1 fährt selbstständig zur Ladestation zurück, lädt sich auf und macht dann dort weiter, wo er aufgehört hat. Kein Fleck bleibt ungemäht. Für die Tüftler und euch gibt's die Zonenmähfunktion. Du kannst deinen Garten in bis zu 16 Zonen einteilen und jede Zone individuell bearbeiten lassen. Das ist top für den perfekt gepflegten Rasen, der genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Nicht zu vergessen, die AIVI-3D-Technologie. Die hilft dem Mähroboter, Hindernisse wie Spielzeug, Werkzeuge oder sogar Haustiere zu erkennen und zu umfahren. Sicherheit geht vor. Und mit der Fischaugenkamera samt TOF-Sensor wird jedes Hindernis noch präziser erkannt. Für die Sicherheitsfans gibt es zusätzlich die intelligente Gartenüberwachung und die Dual Vision-Lösung. Du kannst in der App bis zu 10 Überwachungspunkte setzen. Das ist nicht nur gut für die Sicherheit, sondern du hast auch immer ein Auge auf deinen Garten. Und als i-Tüpfelchen gibt's noch die TÜV Rheinland Datenschutz-Zertifizierung, die garantiert, dass deine Daten sicher sind und das separate Garagenzubehör, das dein Mähroboter schützt, wenn er mal eine Pause einlegt. Kurz gesagt, dieser Mähroboter ist ein echtes Technikwunder für deinen Garten. Kein Wunder, dass ich ihn dir vorstellen musste. Jetzt habe ich mir noch die Kundenrezession angeschaut und ein paar interessante Punkte gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Hier sind die Vor- und Nachteile, die die Nutzer am häufigsten genannt haben. Nachteile Zone-Einteilungsfunktion fehlt Vorteile Kein Begrenzungsdraht nötig Regensensor arbeitet zuverlässig Mährichtung gut einstellbar Hervorragende Ingenieurleistung Einrichtung war schnell erledigt Fährt problemlos zur Ladestation Sehr leise im Betrieb So, das war's von meiner Seite mit dem ECOVAX GOAT G1-800 Mähroboter Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr über dieses Modell zu erfahren oder den aktuellen Preis checken möchtest, dann hau rein und klick auf die Links in der Beschreibung Ich bin gespannt, was du dazu denkst, also lass uns deine Meinung in den Kommentaren da Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben, wenn es dir gefallen hat Und damit du kein weiteres Video verpasst, drück auf die Glocke Macht's gut und bis zum nächsten Mal